Top, P1, Schall gedämmt, Green Ballistik Helm Ich bin wieder im dreckigen Elektro gelandet Ja der wird eh nicht mehr in Kami sein, wenn der da jetzt alle gekillt hat Wie sahen der Typ aus? War das ein Freshie? Ja, als er mich das zweite Mal getötet hat, ja Meinst du, er ist jetzt schon runtergegangen? Ich meine, der hoppt ja die ganze Zeit, der kommt von, wo warst du? Zulnichni oder so, und der Save nicht nach Kami in unter einer Minute Ja, aber wie wollte ich herausfinden wer das war, wenn das doch der Username fehlt Ja, das kann sein, dass er einen Fehler gemacht hat und dann einer zeigt ein Video und die Zeit Und der Admin kann das dann sehen in den Logs Alter, du musst das hinkriegen Ja, aber ich komm nicht da Die Eier ab, Alter Ich muss erst mal den Teamspeak IP wissen Ja, google die doch Nein, jetzt gerade nicht, weil ich das voran will, um das nächste Video zu kriegen Danach würde ich das direkt machen Ich höre wieder Explosion Hörstoß Ich höre Explosion, ja Immer der Nase nach, Lee, immer der Nase nach Alter, der Typ gehört vor Brand, Mann, das ist eine Schande für die Menschen Ich glaube, die Cheater können nicht schlimmer sein wie in einem Spiel wie DayZ Leute bauen sich hier alles auf und dann Vor allem stundenlanges Looten, irgendwann hast du keinen Fall Alter, ich war komplett schwarz, Mann, Alter, ich hatte schwarze Blaze, schwarze Cap, Mann, Alter, ich hab mich so verliebt in meinen Account Ich bin jetzt in Star Royale Star Royale, nee, Starizomo Wenn der Teamspeak abwärts wird Wo bist du denn jetzt? Ich höre die Explosion, bleib mal ruhig Okay So, dann kommen wir nur noch nach Novi entgegen Okay Ich höre die Explosion, aber ich sehe nichts Aber ein bisschen lauter geworden Es sind lauter, noch lauter geworden Aua Oh Jetzt hat er mich getötet Ja, Globalbahn, very nice clear video, my friend.